Michael Clinton Irby ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Er wurde durch die Rolle als Sergeant First Class Charles Gray in der Serie The Unit Eine Frage der Ehre bekannt. Leben Michael Irby wuchs in Cabazon auf. Er besuchte das College in Palm Desert und das Orange Coast College in Costa Mesa. Danach begann er in New York City ein Schauspielstudium. Bei seinem Studium lernte Irby seine jetzige Frau Susanne Mathos kennen, mit der er einen Sohn hat. Durch sein Interesse am Fußball begann Irby eine Fußballkarriere in Europa, welche er jedoch aufgrund einer Verletzung wieder aufgeben musste. Filmografie 1999 zu 2000 Low & Order 2001 Die letzte Festung 2002 Haunted 2002 CSI Miami 2003 zu 2004 Line of Fire 2004 zu 2011 CSI New 2005 Flight Plan ohne jede Spur 2006 zu 2009 The Unit Eine Frage der Ehre 2009 Gesetz der Rache 2010 Navy CIS L.A.R. 2010 24 2010 Light to Me 2010 FASTA 2011 Chase 2011 Fast & Furious Five 2011 Bones die Knochenjägerin 2013 zu 2014 Almost Human 2014 Criminal Minds 2015 The Following 2015 True Detective 2 Watt 2 21 5 4 5 7 8